Die gravierendsten Probleme in der Musikszene sind aktuell die hohe Inflation. Das betrifft sowohl Tarifbeschäftigte als auch Honorare von Freischaffenden. Und natürlich die Frage, kommt das Publikum in die Konzertsäle wieder zurück? Und wie schaffen wir es, dass es wieder zurückkommt? Mein Name ist Gerald Mertens. Ich bin Geschäftsführer von Unisono Deutsche Musik- und Orchestervereinigung. Wir sind der Berufsverband und die Gewerkschaft der Musikerinnen und Musiker in Deutschland. Wir kümmern uns um Festangestellte im Bereich der Rundfunkklangkörper und der Konzert- und Theaterorchester, ebenso wie um Freischaffende im Umfeld der entsprechenden freien Orchester und Ensembles. Wir sind aber auch da für Studierende und für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Angebot von der Rechtsberatung über ein attraktives Versicherungspaket bis hin zur Vertretung der Interessen gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Professionelle Musikerinnen und Musiker sollten unisono beitreten und damit die Solidargemeinschaft aller professionellen Musiker stärken.